Hi, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und ich begrüße auch dich, falls du hier heute zum ersten Mal mit dabei bist. Mein Name ist Gwendolyn und heute kommt ein neues Audio zum Dualsehen-Prozess. Der Dualsehen-Prozess kann und darf leicht sein. Ich weiß jetzt, du denkst, ich leide und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. All das möchte ich dir hier in diesem Audio gerne erklären. Bevor ich jedoch damit starte, möchte ich euch ein Geschenk machen. Und zwar habe ich mir überlegt, da jetzt Halloween kommt, gibt es von mir eine kleine Rabattaktion. Ihr könnt 25% Rabatt auf meinen Dualsehen-Online-Kurs haben. Der Kurs kostet normalerweise 333 Euro und du hast in diesem Do-It-Yourself-Kurs wirklich alles, was du für den gesamten Dualsehen-Prozess brauchst. Mit diesem Halloween-Rabatt bezahlst du jetzt nur 249,75 Euro. Dieser Rabatt gilt allerdings nur bis zum 31. Oktober, Punkt Mitternacht. Beachte bitte unbedingt, dass dieser Kurs ausschließlich für YouTube Premium-Nutzer geeignet ist. Falls du diesen Rabatt nutzen möchtest, falls du dieses Geschenk für dich annehmen möchtest, alle Infos hier in der Infobox. Schau einfach einmal unter dieses Video. Ja, um zum heutigen Thema zu kommen. Der Dualsehen-Prozess darf und kann leicht sein. Diese Aussage kann dich wahrscheinlich sehr stark triggern. Und das ist auch gut so. Denn dieses Audio kann dir vielleicht den Anstoß geben, dass du es ab jetzt leicht haben wirst. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wie? Zuerst musst du dich immer fragen, wovon habe ich denn jetzt wirklich genug? Ich hatte damals genug von diesem ganzen Hin und Her, von dem Drama, vom Schmerz. Ich hatte genug von meinem eigenen Verhalten. Ich hatte genug von meiner Ohnmacht. Ich wusste, es muss sich etwas ändern. Ich wusste, ich möchte glücklich sein. Ich hatte es so satt zu leiden. Und vor allem war ich wütend. Ich war so wütend auf diesen ganzen Prozess. Ich war wütend, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber vor allem war ich wütend auf mich selbst. Ich war wütend darüber, was ich mir im Laufe der Zeit alles selber angetan hatte. Ich wusste, dass ich nicht mehr möchte, dass ich das alles so nicht mehr möchte. Und das ist dieser Augenblick. Das ist der perfekte Augenblick, wenn du so empfindest, endlich mit dem Prozess zu starten. In diesem Augenblick hast du zwei Optionen. Du kannst entweder aufgeben und wütend sein und glauben, das ist doch alles nur Mist und alle erzählen nur Bullshit und ich werde niemals mit meiner Dualseele zusammenkommen und ich habe nur meine Zeit verschwendet. Wenn du dich dafür entscheidest, möchte ich gleich sagen, es ist in Ordnung. Du musst das nicht tun. Du musst diesen Prozess nicht meistern. Dieser Prozess findet für dich statt und du kannst dich selbstverständlich dagegen entscheiden. Aber ich möchte dir sagen, was dann passiert. Wenn du dich wirklich dafür entscheidest, zu sagen, das ist alles Mist und ich will das alles gar nicht mehr und ich lebe jetzt einfach mein Leben so wie vorher, wird sich niemals etwas ändern. Du trennst dich von deiner Dualseele ab und wahrscheinlich wirst du ihn oder sie niemals wiedersehen. Du kannst dich natürlich nicht wirklich von deiner Dualseele abtrennen, aber du kannst dich im Außen auf der physischen Ebene trennen. Ja, das geht und der andere wird dir das selbstverständlich auch spiegeln. Du wirst dein Leben so leben, wie du es immer gelebt hast. Das heißt, du wirst weiter unglückliche Beziehungen führen. Du wirst vermutlich weiterhin in einem Job arbeiten, der dir nicht gefällt. Du wirst weiter unbewusst durch das Leben torkeln und dich immer wieder fragen, warum passiert mir das alles? Wenn du das möchtest, wie gesagt, es ist vollkommen in Ordnung. Es ist deine Entscheidung. Du musst wissen, was jetzt für dich richtig und stimmig ist. Allerdings die Menschen, die sich dafür entscheiden, die werden vom Prozess leider auch immer wieder eingeholt, weil die Sehnsucht und die Liebe zum Dualen nun mal sehr, sehr stark ist. Und irgendwann kommt immer wieder dieser Punkt, wo man doch wieder im Prozess weitermachen möchte. Wie gesagt, es ist deine Wahl. Du kannst aber auch Option 2 wählen. Es darf ab jetzt leicht sein. Und wenn du Option 2 wählst, ist der erste Schritt, in die Eigenverantwortung zu gehen. Du bist für dich verantwortlich und du bist dafür verantwortlich, was du dir im Laufe der letzten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre selbst angetan hast. Viele von euch schaden sich selber extrem im Dualseelenprozess. Es kommt zu Krankheiten. Es kommt zum Beispiel zur Gewichtszunahme, zu extremen Gewichtsverlust. Es kommt dazu, dass ihr eure Freunde, eure Hobbys vernachlässigt. Es kann sogar sein, dass ihr euren Beruf vernachlässigt. Aber vor allen Dingen vernachlässigt ihr euch selber. Ihr verliert euch vollkommen im Anderen. Und oftmals geht ihr dann in eine Opferhaltung und gebt dem Anderen auch noch dafür die Schuld, die Verantwortung. Wenn er sich doch anders verhalten würde, wäre das alles nicht passiert. Nein. Eigenverantwortung bedeutet hier, schreib dir doch einmal auf, was habe ich mir eigentlich selber angetan. Denn all das hast du dir angetan. Du hast die Entscheidung getroffen, dich im Anderen zu verlieren. Du hast die Entscheidung getroffen, dass du dich aufgeben möchtest, dass du nur noch um den Anderen herumkreist, dass du deine ganze Lebensenergie nur noch in den Anderen gegeben hast. Es war deine Entscheidung. Und dafür übernimm Verantwortung. Es gilt jetzt auch nicht, sich deswegen schlecht zu fühlen oder schuldig zu fühlen. Es geht darum, sich mal bewusst zu machen, ich habe mir das selber angetan und es tut mir leid. Schreib dir einen Entschuldigungsbrief. Entschuldige dich bei dir und gebe dir selber das Versprechen, dass du das nie wieder tun wirst, dass du dir das selber nie wieder antun möchtest. Der nächste Schritt. Du beschäftigst dich doch bestimmt schon ewig mit dem Dualseelenprozess. Du hast Bücher gelesen, du hast Audios gehört, Videos gesehen. Du hast bestimmt schon das ein oder andere Coaching gemacht, Channelings gebucht. Du hast bestimmt schon sehr viel Zeit, Aufmerksamkeit und eventuell auch Geld investiert. Dieser Prozess findet statt, damit du dich von allem befreist, was dich von deinem wahren Selbst trennt. Destruktive Glaubenssätze, Trauma, Muster, all das bist du nicht. Wenn dein Seinszustand nicht Liebe ist, wenn deine Grundstimmung nicht Freude ist, wenn du tiefen Frieden in dir nicht finden kannst, bist du nicht dein wahres Selbst. Dann bist du gefangen in deinem falschen Selbst, in deinem Ego. Und dieser Dualseelenprozess findet statt, damit du dich selber erkennst und von dem befreist, was du nicht bist. Darum findet das alles statt. Deswegen hast du deine Dualseele getroffen. Und das gilt es zu wissen. Nur deine Energie, nur dein Seinszustand sind im Dualseelenprozess ausschlaggebend. Dein Seinszustand entscheidet darüber, ob dein Dual in deiner physischen Realität bei dir ist oder eben nicht. Du musst verstehen, dass ihr beide die gleiche Seele seid, das gleiche Bewusstsein, das gleiche große Herz. Und nach dem Gesetz der Anziehung zieht Gleiches sich an. Aber im Seinszustand deines Egos, deines Schmerzkörpers, da stoßt ihr beide euch ab. Warum? Weil ihr auf dieser Ebene polarisiert seid. Da passt ihr nicht zusammen. Mehr gibt es im gesamten Dualseelenprozess wirklich nicht zu verstehen. Alles andere ist ein Konzept. Konzepte sind gut und gleichzeitig gefährlich. Konzepte sind gut, denn sie helfen uns Situationen zu verstehen, mit dem Verstand zu verstehen, mit denen wir sonst nicht zurechtkommen würden. Ein häufiger Fehler im Prozess ist aber, dass wir uns an einem bestimmten Konzept festhalten. Oder noch schlimmer, dass wir verschiedene Konzepte miteinander vermischen. Und das sorgt in der Regel für Chaos und Konflikt. Wenn du an dem Konzept zum Beispiel festhältst, dass du den anderen loslassen musst, damit er zu dir zurückkommt, damit er Liebeskummer bekommt, ist ganz häufig, wird das nicht passieren. Du hast richtig gehört. Das wird nicht passieren. Warum, fragst du dich? Weil du eine falsche Absicht hast. Du machst etwas, um bei dem anderen etwas zu erreichen. Das nennt sich Manipulation. Manipulation funktioniert niemals mit der Dualseele. Du kannst deine Dualseele nicht manipulieren. Natürlich musst du loslassen, aber nicht damit der andere zu dir zurückkommt. Du musst loslassen, damit du deine Energie bei dir hast, damit du Kraft hast, aus deiner eigenen Baustellen anzugehen. Du musst loslassen, damit der andere überhaupt Luft zum Atmen hat, damit der andere sich selbst überhaupt spüren und fühlen kann. Du musst loslassen, damit du dich mit deinen eigenen Ängsten konfrontieren kannst. Diese Ängste sind es, die dich überhaupt dazu gebracht haben, so festzuhalten, am anderen zu kleben. Und nein, es ist nicht nur Verlustangst. Es ist auch die Angst vor Kontrollverlust. Es ist auch die Angst vor Ablehnung, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, nicht geliebt zu werden, die Angst, verlassen zu werden. Es sind unglaublich viele Ängste, die dich dazu bringen, am anderen festzuhalten. Und diese Ängste, diese Angstenergie, das ist es, was euch beide trennt. Denn wo Angst ist, hat Liebe keinen Platz. Angst und Liebe vertragen sich überhaupt nicht. Wenn du Angst hast, kannst du nicht lieben, nicht wirklich. Loslassen bedeutet nicht, den anderen von dir abzutrennen oder dass du den anderen verlierst oder dass der andere dir vollkommen egal ist. Nein, loslassen bedeutet, den anderen in Liebe anzunehmen und so sein zu lassen, wie er nun mal gerade ist. Ohne diesen Hintergedanken, ich verändere jetzt dein Verhalten dadurch, dass ich mich verändere, dann ist das wieder eine manipulative Energie. Nein, es bedeutet, den anderen so sein zu lassen und in Liebe anzunehmen, wie er nun mal gerade ist, mit allem, was da gerade ist. Loslassen bedeutet auch zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass der andere freiwillig bei dir sein möchte. Und spätestens jetzt meldet sich wahrscheinlich in dir eine Stimme, die sagt, ja, aber er will mich doch nicht. Genau das ist das Ding. Du glaubst, der andere würde dich nicht wollen, dass der andere nicht freiwillig bei dir bleibt. Du hast Angst, nicht gut genug zu sein. Du hast Angst, abgelehnt zu werden und so weiter. Es ist diese Angstenergie, die euch beide trennt. Es ist diese Angstenergie, die dafür sorgt, dass du den anderen nicht loslassen kannst. Diese Angstenergie sorgt auch dafür, dass du dem anderen nicht auf Augenhöhe begegnen kannst. Und diese ganze Angstenergie, die muss weg. Und mehr gilt es wirklich nicht zu verstehen. Wenn du deine ganzen Ängste aufgelöst hast, und zwar wirklich in der Tiefe, nicht an der Oberfläche. Die müssen an der Tiefe wirklich angepackt werden. Erst dann kannst du dein Herz wirklich öffnen. Erst dann kannst du die Liebe fühlen, die du wirklich bist. Ja, du hast mich richtig verstanden. Die Liebe, die du bist. Du suchst die Liebe dein Leben lang im Außen. Du möchtest geliebt werden, weil du die Liebe nicht fühlen kannst, die in dir ist, in deinem Herzchakra. Deswegen ist es im Dualseelenprozess auch ganz wichtig, sämtliche Herzmauern aufzulösen. Je öfter wir verletzt werden in unserem Leben, desto dicker sind diese Herzmauern. Und es gibt viele verschiedene Techniken, um Herzmauern aufzulösen. Darfst dir darüber im Klaren sein, wenn ich Angst habe, kann ich nicht leben. Wenn ich Angst habe, kann ich nicht vertrauen. Wenn ich Angst habe, kann ich mich dem Ganzen hier nicht hingeben. Aber all das braucht es für eine gelebte Dualseelenbeziehung. Ich habe dieses Wissen, was ich dir heute mitgebe, in unzähligen Videos und Audios beschrieben. Letzten Endes kann ich euch auch nichts anderes sagen. Es geht im gesamten Dualseelenprozess wirklich darum, sich von dieser Angstenergie zu befreien, damit du ein wundervolles Leben voller Liebe, Freude und tiefen Frieden erleben kannst. Und Berufung, sowas kommt dann von ganz alleine, weil du von dir aus diesen Impuls hast, ich möchte ein tolles Leben führen, ich möchte bestimmen, wie viel Geld mir zur Verfügung steht, ich möchte bestimmen, wie ich meine kostbare Lebenszeit hier verbringe. Das heißt, die Berufung ist dann eigentlich eher ein Nebeneffekt. Die kommt alleine zu dir. Auch die gelebte Beziehung mit der Dualseele, es ist ein Nebeneffekt. Wenn du wirklich in deiner Grundstimmung von Liebe, Freude und Frieden bist, entsprichst du deiner Seele. Und was haben wir vorhin gesagt? Nach dem Gesetz der Anziehung kommt der andere dann automatisch zu dir. Und du fragst dich jetzt, ja, aber was ist denn, wenn der andere dann seine Arbeitsaufgaben nicht erledigt? Wenn du das machst, macht der andere das auch. Und zwar nicht, weil du das initiiert hast, sondern einfach, weil du dich nicht bewegen kannst, ohne dass der andere sich mit dir bewegt. Schau dir gerne mal aus der Quantenphysik, da wurde ein ganz wundervolles Experiment gemacht, die Quantenverschränkung an. Zwei Teilchen, die ehemals als Paar aufgetreten sind und die dann getrennt wurden, reagieren trotzdem zeitgleich aufeinander. Bewegt man das eine Teilchen, bewegt sich das andere Teilchen, was ja weit entfernt ist, automatisch mit. Und so ist es auch bei Duasien. Du brauchst nicht da drüben hinschauen, ob der andere seine Aufgaben erledigt. Wenn du das bei dir machst, macht der andere das auch. Und wenn du dich wirklich in der Tiefe verändert hast, wenn du ein wundervolles Leben voller Liebe und Freude führst, wenn das deine Grundstimmung ist und der andere will dich trotzdem nicht, obwohl du dich als idealen Partner für ihn oder sie gesehen hast, wenn das wirklich so ist, dann war das nur ein Seelenpartner. Und dann kannst du so unendlich dankbar sein, weil du jetzt die Chance hast, entweder deine echte Dualseele oder einen passenden Seelenpartner in dein Leben zu ziehen. Es wird dir an dieser Stelle des Prozesses nicht mehr wichtig sein, ob es nun die Dualseele ist oder irgendein Seelenpartner. Du weißt, was du möchtest. Du wertest dich nicht mehr ab. Du bist nicht mehr bereit, dich anzupassen. Du bist auch nicht mehr bereit, ein Leben voller Angst, Unglück und Trauer zu führen. All das machst du dann nicht mehr. Und du würdest dann auch niemals einen Partner akzeptieren, der all das in dir auslöst. So jemanden würdest du gar nicht anziehen. Von daher keine Sorge, wenn du dir unsicher bist, ob das wirklich die Dualseele ist. Spätestens dann, wenn du in dir aufgeräumt hast, weißt du es. Das bedeutet natürlich auch alles nicht, dass du niemals traurig bist, dass du niemals wütend bist, dass du niemals Angst hast. Es geht um deine Grundstimmung. Es geht um deinen Seinszustand. Es geht darum, was überwiegt. Wir alle haben Situationen im Leben, die uns manchmal ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen. Und dann kann es natürlich sein, dass wir hin und wieder wütend sind. Dann kann es natürlich sein, dass wir hin und wieder auch mal Angst haben. Es geht wirklich um deinen grundlegenden Seinszustand. Wo würdest du dich da gerade einteilen? Ist deine Grundstimmung Trauer, Resignation, Hoffnungslosigkeit, Wut, Angst? Was ist deine aktuelle Grundstimmung? Ist deine Grundstimmung denn tatsächlich Lebensfreude? Ist deine Grundstimmung bei allem, was du tust, tatsächlich Liebe? Ja oder nein? Wenn du in Liebe bist, wenn du dich selber so liebst, wie du bist, wenn du alle anderen annehmen kannst, wenn du dich selber in anderen erkennen kannst, wenn du die Einheit mit dem Dual erkennst und die gleiche Liebe in dir im anderen erkennst, den anderen freilässt und darauf vertraust, dass ihr beide ideal zusammenpasst, wenn Angst und Zweifel nicht mehr vorhanden sind, ist dieser ganze Prozess wirklich einfach gewesen. Und ich frage dich, hast du endlich genug? Und wenn ja, wovon? Was darf sich jetzt ändern? Darf es denn für dich ab jetzt leicht sein? Es ist deine Entscheidung. Und diese Entscheidung kannst du jeden Tag für dich treffen. Und manchmal müssen wir eine Weile leiden, bis wir diese Entscheidung für uns treffen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst und noch ein bisschen mehr Leid brauchst, um diese Entscheidung für dich zu treffen. Niemand verurteilt dich dafür. Es ist dein Leben. Es ist dein Prozess. Und dieser Prozess geschieht für dich. Ich weiß, es ist ein langes Audio heute geworden, aber ich wollte das einmal rausgeben. Ich hatte heute Morgen den Impuls, diese Botschaft noch mal zu verdeutlichen. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. Wie gesagt, nutze gerne den Rabatt. Den gibt es wirklich nur bis Halloween, Mitternacht, danach nicht mehr. Danach geht der ganz normale Preis von 333 Euro. Ich freue mich auf dich, wenn du hier das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und bitte, bitte das Liken nicht vergessen. Hab eine ganz wundervolle Zeit. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020